Herzlich bedankt euch, 450 Sitzplätze ausverkauft. Erst ab 30 Minuten beginnen wir nennenswerter Mengen Fett zu verbrennen. Wisst ihr was? Das stimmt. Machen die Gefiske noch ein Stück? Machen die auch nicht, oder? Und vom Kaugummi-Kau geht ein Doppelkirr auch nicht weg. 35 Jahre Can. Ich möchte hier noch ganz besonders vier Leute auf die Bühne holen. Hier ist uns erzähl die Erfolgsgeschichte. Rihanna Brunner hat innerhalb von elf Wochen 26 Kürgern abgenommen. Ich bin unterwegs in Österreich in meinem Lieblingsurlaubsland. Hier gibt es so viele schöne Berge. Es gibt glückliche Kühe und vor allem glückliche und sportliche Österreicher. Schaut bitte mal hier hin. Junge, was ist mit euch los? Das ist unglaublich. Das ist gutes Eiweiß. Wahnsinn. Wahnsinn. Sport ist? Sport ist? Mord. Und ihr auch? Es ist völlig egal wo. Das kommt mir rausgeschossen wie das Mittagessen aus dem Superboy. Sport ist Mord. Stimmt auch. Sport ist Mord. Aber ohne Sport sind wir noch schneller fort. Stimmt auch nicht. Das ist nicht bekannt. Das ist wenn die Männer an uns herunterschauen und denken, dort hinterm Berg, da wohnt ein Zwerg. Genらい. Zag einmal Schatz, ich sehe was was du nicht suchst. Kennt ihr Fruttarier? Ein Fruttarier ist nur was der Baum freiwillig fallen lässt. Jetzt sollen wir die mal erklären, die bekommen wir eine selbstmordgefährdete Kuh auf dem Baum. Vielen Dank.